Ich habe ja gerade einen Ordnungsruf bekommen, also genau genommen zwei Ordnungsrufe und ein Ordnungsgeld von 1000 Euro, weil ich die Würde des Hauses verletzt habe, weil ich zu Markus Ganserer, Herr Markus Ganserer, gesagt habe. Dieser Herr Markus Ganserer sitzt heute im Familienausschuss zur Anhörung zum Selbstbestimmungsgesetz im Netzhemd. Wir müssen uns seinen Bauchnabel angucken, seinen Brust und seinen Bauch. Wenn das nicht eine Verletzung der Würde des Hauses ist, dann weiß ich auch nicht und er soll aufhören rumzuheulen, dass wir seinen Körper zum Gegenstand der Debatte machen. Er präsentiert seinen Körper immer wieder auf sehr unangenehme und aufdringliche Art und Weise.